Energieeffizientes und zukunftsweisendes Bauen ist für die Klimawende von enormer Bedeutung. Die BASF liefert hierfür die geeigneten Materialien. Wir wollen es unseren Kunden und Endkunden ermöglichen, sich den Herausforderungen modernen Bauens zu stellen. Unser Ziel ist es, den CO2-Fußabdruck unserer Produkte zu reduzieren und mit nachwachsenden Rohstoffen Mehrwert zu schaffen. Hier in Regen bei der Firma Penskofer wird nun eines der ersten Projekte realisiert, in denen ausschließlich Sandwich-Paneele zum Einsatz kommen, die mit Biomass-Balance-Systemen der BASF hergestellt wurden. Wir brennen für das Thema Nachhaltigkeit, egal ob bei unseren eigenen Produkten oder bei unseren eigenen Projekten wie unserer neuen Produktionshalle, in der wir hier stehen. Wir sehen hier Sandwich-Elemente mit einem Elastopier-Kern der Firma BASF. Solche Sandwich-Elemente haben einen extrem niedrigen Dämmwert, auch bei niedriger Dicke. Mehrschichtige Konstruktionselemente wie diese eignen sich ideal dafür, industrielle Bauten zu fertigen. Wir sind in der Produktion bei unserem Kunden Rohmer Dämmsysteme in Buttenwiesen. Hier werden die Paneele für das Projekt der Firma Penskofer in Regen gefertigt. Was ist das Besondere an unseren PU-Produkten? Durch ihre extrem guten Dämm-Eigenschaften tragen PUR- oder PIR-Systeme zu deutlichen Energieeinsparungen bei und helfen so CO2-Emissionen, die durch Kühlen oder Heizen von Gebäuden entstehen, zu reduzieren. So spart eine PU-Dämmung in ihrem Lebenszyklus mehr als hundertfach der Emissionen ein, die bei der Herstellung benötigt werden. Kunden, die auf PU setzen, bekommen also wirklich eine moderne, klimaschonende Dämmung nach Mars. Rohmer Dämmsysteme ist spezialisiert auf die Herstellung von Wand- und Dachpanelen für den Industrie- und Hallenbau, aber auch für Kühl- und Gefrierhäuser. Der Grundstein unserer Produktionsaktivitäten ist die sogenannte Doppelbandanlage für die kontinuierliche Herstellung von Sandwich-Elementen mit Polyurethan. Besonders wichtig war es schon immer für uns, dass wir uns auf die Anforderungen des Marktes eingestellt haben. So werden unsere neuen Produkte auch immer nachhaltiger. In fertigen Elementen sieht man den Unterschied zu herkömmlichen Paneelen nicht an, aber bei Biomass-Balance-Systemen werden schon während der Produktion fossile Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt und so 100% der CO2-Emissionen eingesperrt. Wir haben unsere intelligente Sandwich-Technologie noch einen Schritt weiterentwickelt. Mit dem Biomass-Balance-Ansatz der BASF lässt sich bereits bei der Herstellung eine höhere Ressourceneffizienz erreichen. Dies trägt neben der Einsparung von fossilen Rohstoffen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei. BASF hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Mit unseren Produkten helfen wir unseren Kunden, den gleichen Weg zu gehen und ihr eigenen ambitionierten Klimaziele zu erreichen. BASF – We create chemistry